freitag der 22 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir sind jetzt schon auf dem sega träbchen oder wie man schon sagt ist nämlich nur noch top 3 nur noch morgen und übermorgen wo das türchen geöffnet wird beginn macht wie gesagt der netto adventskalender da wäre das türchen und da kommt halt ein schlitten hervor auch wenn es draußen kein schneewetter ist zumindest hier in herzfeld kommen wir nun zum kaufland adventskalender da ist da das türchen seht schon geschenke auf dem schlitten dieser adventskalender dürfte aus dem aldi sein dann wird da das türchen und wie ihr schon seht auch das geschenk auf dem schlitten so jetzt sind wir hier bei dem wohl lidl adventskalender da ist da das türchen keine zeit um schlitten zu fahren und so jetzt kommt wieder der adventskalender ist auch nur da ist es ich zeige es euch so schon mal es sind zwei stückchen drin jetzt geht es weiter hier runter zum zweiten all die adventskalender in dem fall geschenkt ihr kennt schon damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen samstag wurde das vorletzte türchen vom adventskalender geöffnet wird